Der Tag, an dem... Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Gelesen vom Autor Olaf Wunder. Der 21. Juni 1895. Der Tag, an dem der Nord-Ostsee-Kanal eingeweiht wird. 80 Millionen Kubikmeter. So viel Erde bewegen 9000 Arbeiter mit ihren Schaufeln, Baggern und Krähen beim Bau des Nord-Ostsee-Kanals. Geformt zu einer kompakten Masse würde diese Menge ausreichen, einen Asteroiden von mehr als einem halben Kilometer Durchmesser zu bilden. Eine unfassbare Kraftanstrengung. Als die künstliche Wasserstraße vor genau 125 Jahren feierlich eingeweiht wird, bestaunen der Kaiser und mit ihm viele andere gekrönte Häupter aus ganz Europa dieses Wunderwerk der Ingenieurskunst. Den Traum, eine Verbindung von Nord- und Ostsee zu schaffen, ihn träumten Deutsche wie Dänen seit Jahrhunderten. Schnell per Schiff von einem zum anderen Meer zu kommen, das wäre eine große Erleichterung. Denn bis 1895 mussten Kapitäne einen riesigen Umweg machen, nämlich 450 Kilometer in Richtung Norden fahren und dann das Gagerack umschiffen, das genauso gefährlich ist wie Kaporn. 6.316 Schiffsunglücke mit vielen Toten wurden allein zwischen 1858 und 1885 gezählt. Zwar ließ schon Ende des 18. Jahrhunderts der dänische König Christian VII. den Eiderkanal zwischen Kiel und Rendsburg bauen, doch der reichte Ende des 19. Jahrhunderts für die inzwischen weit größer gewordenen Schiffe nicht mehr aus. Bereits 1864 erteilte Otto von Bismarck, der eiserne Kanzler, den Auftrag, einen Seeweg zwischen den Meeren zu prüfen, welchen alle Kriegshandels- und Dampfschiffe gut passieren können. Konkrete Formen nimmt die Sache aber erst an, als der Hamburger Räder Hermann Dahlström 1878 eine Denkschrift vorlegt, in der er leidenschaftlich für den Kanal wirbt. Er, der bald vom Volksmund den Spitznamen Kanalström verpasst bekommt und von vielen als Phantast verspottet wird, erinnert unter anderem daran, welch großer militärischer Vorteil es wäre, die Flotte innerhalb kürzester Zeit von der Nord- in die Ostsee verlegen zu können, bzw. umgekehrt. Anfangs stoßen Dahlström und Bismarck auf energischen Widerstand. Vor allem der einflussreiche Generalstabschef Helmut von Moltke wettert gegen den Kanalbau. Seine Sorge, die Kosten. Seine Sorge, die Kosten für ein solch gigantisches Bauwerk könnten so hoch sein, dass hinterher kein Geld mehr da wäre für sein Lieblingsvorhaben, nämlich den Bau einer modernen Kriegsflotte. Doch Bismarck bleibt standhaft und am Ende gelingt es ihm, Kassavillen I. zu überzeugen. Der schon 90-jährige Monarch besteht darauf, am 3. Juni 1887 in Kiel selbst den Grundstein zu legen, trotz angeschlagener Gesundheit. Unmittelbar nach der Zeremonie bekommt er schweres Fieber. Als er im Jahr darauf stirbt, behaupten viele, seine Teilnahme an der Grundsteinlegung sei der Anfang vom Ende gewesen. Die ehrgeizigen Ingenieure um Oberbaurat Otto Beensch betreten mit dem Bau des Kanals und seiner Brücken und Schleusen technologisches Neuland. Mit schwierigen Bodenverhältnissen haben sie zu kämpfen. Im Westen Schleswig-Holsteins dominiert sumpfiges Marschland, teilweise unter dem Meeresspiegel liegend. Im Osten gibt es von der Eiszeit geformte Hügelketten, die steil zur Ostsee abfallen. An festem Boden, der für eine stabile Konstruktion des Kanals perfekt gewesen wäre, mangelt es. Stattdessen gibt es viel Sand und Lehm. Noch dazu ist das Erdreich mit vielen großen Findlingen durchsetzt. Die müssen mühsam ausgehoben werden. Im März 1888 beginnen die Bauarbeiten für den fast 100 Kilometer langen, 67 Meter breiten und 9 Meter tiefen Kanal. Auf der damals größten Baustelle Europas sind Deutsche aus allen Teilen des Reiches anzutreffen, daneben Arbeiter aus dem Ausland, aus Polen und Russland etwa. Junge Männer aus Italien sind besonders willkommen, gelten sie doch als fleißig und geschickt und haben Erfahrungen mit Großprojekten gesammelt, etwa beim Bau des Gotthardtunnels. Der Arbeitsalltag auf der Baustelle ist knallhart. Tausende schuften von 5 Uhr früh bis 19 Uhr am Abend im unwegsamen Gelände. Wo der lockere Sandboden Maschinen nicht zulässt, muss per Hand geschaufelt werden. Torf klebt pfundschwer an Stiefeln und Kleidung, Arbeiter schieben Eisenbahnwaggons per Hand bis zum nächsten Bauabschnitt. Natürlich kommt es immer wieder zu Unfällen. 90 Menschen finden den Tod, werden von Steinen erschlagen, von Baggern zerquetscht, von Lohren überrollt oder ertrinken im Kanal. Zum Alltag auf der Baustelle gehören auch Konflikte, meist zwischen Angehörigen der verschiedenen Nationalitäten. Gerade nach übermäßigem Alkoholkonsum kommt es zu Massenschlägereien, rauflustigen und trinkauffälligen Arbeitern, droht die fristlose Kündigung. Der Kanal greift schwer in das Leben vieler Menschen ein. Er verbindet zwar zwei Meere miteinander, zerschneidet aber das Land in zwei Teile, trennt von heute auf morgen Dörfer und ihre Bewohner, manchmal Familien, verändert Städte wie Rendsburg für immer. Nur mittels handbetriebener Fähren kommen Menschen fortan auf die jeweils andere Flussseite. 16 Fähranleger entstehen am Kanal. Nach acht Jahren Bauzeit ist das Vorhaben 1895 fertiggestellt. Unglaublich aus heutiger Sicht, die vorher kalkulierten Baukosten von 156 Millionen Goldmark werden nicht überschritten. Zur Finanzierung führt der Kaiser die Schaumweinsteuer ein, die es, obwohl der Kanal längst abgezahlt ist, auch heute noch gibt und die weiter Jahr für Jahr mit 400 Millionen Euro den Bundesfinanzminister erfreut. Wer vor 125 Jahren bei den Feierlichkeiten zur Einweihung des Kanals dabei ist, erzählt davon sicher noch seinen Enkeln und Urenkeln, denn es ist die bis dahin größte Party in der Geschichte des Deutschen Reiches. Drei Tage dauert das Zeremoniell und der Ort, an dem die Sause beginnt, ist Hamburg. Es herrscht Kaiserwetter, als am 19. Juni 1895 pünktlich um 16 Uhr der Sonderzug des Monarchen im alten Dammtor Bahnhof einfährt. Vor dem Bahnhof hat eine Ehrenkompanie des Infanterieregiments 76 Aufstellung genommen. Dunkelblauer Waffenrock, lange weiße Leinenhose und blankgewienerte Pickelhaube so ausstaffiert präsentieren die Soldaten das Gewehr. Der 36-jährige Wilhelm II., der die weiße Uniform der Garde-Kürassiere mit bis über das Knie reichenden Stiefeln trägt, besucht zunächst das noch im Bau befindliche Hamburger Rathaus, wo es ein Staatsbankett gibt und wo sich seine Majestät in einer Tischrede tief ergriffen zeigt von dem überaus freundlichen Empfang. Desgleichen habe er selten erlebt, sagt er. Er ahnt nicht, dass das Beste erst noch kommt. Wochen zuvor, als der Kaiser Hamburgs Bürgermeister ankündigte, er werde auf dem Weg nach Kiel in Hamburg Station machen, da äußerte er den Wunsch, den Kaffee gerne wieder auf der Alsterinsel einnehmen zu wollen. Damals wagt es niemand, in Berlin nachzufragen, welche Alsterinsel seine Majestät denn wohl meine. Um Wilhelm II. nicht bloßzustellen, geben die Stadtväter einfach eine in Auftrag. Als das Festessen im Rathaus vorbei ist, wird der Kaiser zu der 6000 Quadratmeter großen und auf 723 Eichenfelen gegründeten künstlichen Insel geführt, auf der es einen 23 Meter hohen Leuchtturm, eine künstliche Burgruine und mehrere Pavillons gibt. Sogar für feenhafte Beleuchtung mithilfe einer neuen Erfindung der sogenannten Elektrizität ist gesorgt. Just in dem Moment, in dem der Monarch die Insel betritt, erstrahlt sie taghell. Gleich darauf gehen auch die Scheinwerfer des Leuchtturms an und lassen ihre Lichtkegel über das Gewimmel unzähliger Boote auf dem Wasser bis zu den Häuserfronten des Jungfernstiegs fahren. Der Höhepunkt ein Feuerwerk. Von einem Pavillon aus, dessen Dach mit einem umgrenzten und gekrönten Weh verziert ist, schaut der Kaiser kaffeetrinkend zu, wie ein feuriger Wasserfall von der Lombardsbrücke in die Alster stürzt und sich zwei scheinbar aus dem Wasser ragende Forst gegenseitig mit Blitz und Donner befeuern. Was für ein Schauspiel. 165.000 Goldmark hat die künstliche Insel gekostet, die für das kaiserliche Kaffeetrinken erbaut worden ist und einige Wochen später wieder beseitigt wird. Aber das ist es den Hamburger Rädern wert. Sie haben auch allen Grund dazu, spendabel zu sein. Sie wissen schließlich, vom Nord-Ostsee-Kanal wird niemand so sehr profitieren wie sie. Der Schifffahrtsweg von Hamburg in die Ostsee verkürzt sich enorm und zwar noch deutlicher als für die Bremer oder die Wilhelmshavener. Am Morgen nach dem Besuch der Kaiserinsel verlässt Wilhelm II. auf seiner Staatsjacht Hohenzollern-Hamburg wieder um bis Brunsbüttel und dann weiter durch den neuen Nord-Ostsee-Kanal nach Kiel zu fahren, wo am 21. Juni die Einweihung erfolgt. Auf dem mit gelandten und fahnengeschmückten Festplatz im Stadtteil Holtenau gibt es zwei große Tribünen, auf denen 5000 Gäste Platz finden. Soldaten in historischen Uniformen stehen spalier. Dann ist Wilhelm II. an der Reihe und er überrascht die Anwesenden damit, dass er die neue Wasserstraße entgegen der Absprache nicht Nord-Ostsee-Kanal, sondern Kaiser Wilhelm-Kanal tauft, nach seinem Großvater und ein bisschen auch nach sich selbst. Erst seit 1948 heißt die Wasserstraße so, wie sie heißen sollte. Die Alliierten verlangen das so. Mehrfach wird der Kanal um- und ausgebaut und ist noch heute der meistbefahrene der Welt. Jedes Jahr passieren ihnen 30.000 Schiffe, mit anderen Worten 83 täglich, fast doppelt so viel wie durch den Suez-Kanal fahren. Das war der Tag an dem – Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Eine neue Folge lesen Sie jeden Sonnabend in Ihrer Mopo und hören wöchentlich einen neuen Podcast. Noch mehr Historisches aus Hamburg, wie zum Beispiel das Buch zu dieser Serie oder die Magazine Unser Hamburg, finden Sie auch online in unserem Mopo-Shop unter www.mopo-shop.de